Ok, let's go. Krass. Wir sind echt krass. Wir sind ein bisschen feucht. Wenn die noch trocken, dann kannst du noch viel mehr auflegen. Du kannst auch reinfassen, kannst in deine Haare. Das ist perfekt. Was sagst du? Krass, ja. Ich hab dir gerade noch mal die neue Bestände geschickt. Ich suche hier gerade mal eben alles raus. Ja, wie gesagt, ihr Lieben. Ich möchte euch ganz gerne einmal unsere eigenen Pflegeprodukte vorstellen. Mittlerweile ist unsere Produktfamilie ja schon wieder gewachsen. Wir haben einen Neuzugang, den ihr bestimmt schon kennt. Aber ich möchte ihn euch auf jeden Fall später auch nochmal zeigen. Oder gleich. Ich fange aber erstmal mit dem an, womit der ganze Onlineshop überhaupt begonnen hat. Worum es sich hauptsächlich bei uns ja eigentlich dreht. Und das sind Locken. Wie ihr wisst, wir machen viele, viele Dauerwellen. Haben aber auch sehr, sehr viele naturlockige Kunden bei uns. Und ja, gerade bei diesem ganzen Lockenthema ist ja auch natürlich eine wichtige Frage, welche Produkte verwende ich da und so weiter. Und ja, wir haben deswegen unsere eigene Curl-Serie ins Leben gerufen. Diese hat drei Pflegeprodukte und zwei Styling-Produkte. Ich beginne einmal mit den Pflegeprodukten. Los geht's mit unserer Haarmaske. Wie eine gewöhnliche Haarmaske einfach jede dritte bis vierte Haarwäsche in die Haare rein geben, ins feuchte Haar. Ein paar Minuten einwirken lassen. Ihr könnt das Ganze auch ins Handtuch einwickeln und ein bisschen einfach länger einwirken lassen, wenn ihr möchtet. Also da ist auf jeden Fall nur wichtig, dass ihr sie eben einwirken lasst und nicht zu schnell wieder runter macht. Natürlich für jede Haarwäsche geeignet unser Shampoo, unser Locken-Shampoo. Und nach dem Haare waschen für die benötigte Feuchtigkeit habt ihr dann unsere Zwei-Phasen-Spülkur. Diese ist einfach zum Schütteln und muss man auch nicht mehr ausspülen. Das heißt, immer nach dem Haare waschen oder auch am nächsten Tag, wenn ihr irgendeine Stelle plattgelegen habt oder sowas in die Richtung, könnt ihr die wunderbar reinmachen. Ein bisschen aufkneten und eure Locken sind wieder fresh. Genau, für das nötige Styling habt ihr dann auch noch unser Styling-Moose. Der kommt immer in die feuchten Haare rein. Danach könnt ihr eure Haare wunderbar lufttrocknen lassen oder auch föhnen, ganz wie ihr möchtet. Und ganz zum Schluss kann man dann anschließend noch das Styling-Frühlt reinmachen. Kleiner Tipp von mir, Sleek-Frisuren, wie man sehen kann, funktionieren auch wunderbar mit dem. Also ihr könnt nicht nur Locken einzeln definieren oder Babyhaare legen. Ihr könnt auch wunderbare Sleek-Zöpfe machen. Kleiner Side-Tipp am Rande von mir. Ja, weiter geht's mit unserer Couleur-Serie. Denn auch für unsere gefärbten Mädels haben wir was da, nämlich unsere Zwei-Phasen-Spülkur wieder. Und auch unser Shampoo, also für alle gefärbten Mädels, die einfach ein bisschen Pflege brauchen für ihre gefärbten Haare. Da habt ihr hiermit wirklich eine gute Wahl. So, weiter geht's mit unserer Repair-Reihe. Es gibt bestimmt den ein oder anderen, der schon ein bisschen was mit seinen Haaren angestellt hat. Vielleicht meine ich damit auch nicht selbst. Für euch haben wir die Repair-Reihe. Diese beiden hier wieder mit Shampoo und Zwei-Phasen-Sprühkur. Diese beiden sind mit Arganöl angereichert und deswegen sehr, sehr, sehr nährend und pflegen sehr, sehr schön. Reparieren eure Haare wieder. Auch für lange, lange Haare. Sehr, sehr gut geeignet zum Durchkämmen und so weiter. Nehme ich sie auch immer sehr, sehr gern bei unseren Kunden her. Ähm, genau. Dafür, diese zwei riechen auch phänomenal. Mag ich ganz, ganz gerne. Natürlich haben wir auch noch was für ein schönes, schönes Volumen. Alle, ja, feine-haarigen Mädels, die mit den etwas dünneren Haaren, die vielleicht nicht ganz so eine Haarpracht haben, aber trotzdem was Schönes draus machen wollen. Für euch haben wir auch was da, nämlich unsere Volumenserie. Diese beiden sind mit Bambusextrakt, Leute. Und der Duft von diesen beiden ist unfassbar. Aber ich glaube, mittlerweile wurde er geschlagen. Bis jetzt war das vom Duft her wirklich mein Favorit. Auch sehr, sehr gerne verwendet. Ähm, wie gesagt, für alle feinhaarigen Mädels. Ähm, habe ich gesagt, dass du Bambusextrakt kriegst? Unglaublich. Wirklich. Als wärt ihr gerade aus dem Asien-Wellnisurlaub wiedergekommen. Wo geht's dann weiter? Ich glaube, das war's schon. Genau. Wir kommen zu dem Duft, der die Volumenserie abgeschlagen hat. Nämlich unsere Blond-Serie. Unser neuester Zugang. Wir haben jetzt eine Serie komplett nur für unsere Blondinen. Einmal wieder mit der Haarmaske. Heute erst wieder bei meiner Kundin verwendet. Heute Vormittag, die immer ihren Ansatz nachblondiert bekommt. Also sehr, sehr stark aufgehellt. Und dann natürlich unser Shampoo und unsere Intensivspülkur, die übrigens nach Pfirsich liegt. Und ich wünschte, ich könnte es hier rein spüren und ihr würdet es riechen, weil es riecht unfassbar gut. Gerade jetzt im Sommer. Unglaublich. Was aber der eigentliche Jackpot ist an dieser Reihe, ist nämlich, dass all diese Produkte farbversiegelnde Inhaltsstoffe drin haben. Das heißt, ihr habt länger was von eurer Farbe. Sprich, beim Blondieren wird ja immer, eigentlich meistens, danach mit einem Glossing abgedeckt. Das heißt, durch das Blondieren werden die Haare aufgehellt. Danach wird der Blond-Ton draufgegeben. Und damit der länger drin bleibt, der wäscht sich ja immer etwas raus. Damit der länger drin bleibt, haben wir eben diese Blond-Reihe ins Leben gerufen. Also da an der Stelle wirklich nochmal den Appell an alle Blondinen. Holt euch das, glaubt mir. Bis jetzt im Laden. Jede Kundin, bei der wir es schon verwendet haben, waren unendlich begeistert und haben es auch alle schon mitgenommen. Wirklich sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Wie gesagt, unsere Blond-Serie. Ihr findet all das und sogar noch mehr, wie zum Beispiel unsere wunderbaren Haarbürsten. Die im Übrigen sehr, sehr, sehr flexibel sind. Oder auch unsere schönen Sartaha-Gummis und so weiter. Findet ihr alle bei uns im Online-Shop. Der da heißt jerg-mangel-frisörer.de Oder auch auf Instagram. Wenn ihr schon dort seid, würde ich mich über ein Follow freuen. In der Bio haben wir unseren Online-Shop verlinkt. Da kommt ihr also per einem Klick drauf. Und genau. Schaut dort also gerne mal vorbei. Wenn ihr Interesse habt an unseren Produkten. So. Schnitt. Hemmingel. Hemmingel wird in dieser Szene bestimmt rausschneiden. Und es wird sie noch öfter zu sehen geben auf unseren sozialen Medien. So, ihr Lieben.